ja willkommen mein name ist die olp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of grace ssf haben wir einige quest erledigt bevor wir zum welten auch gehen genau dass talia schafft wollte ich das sagen weil wir müssen weil auch er von der krieger aus so ich bin jetzt hier mal zum all im wald gegangen weil wir haben in barone letzten folge gesehen und gibt es ja irgendwie so ein quest und so da sind irgendwie wir müssen irgendwie so ein wappen oder so viel ich weiß jetzt nicht mal so genau so und ich möchte es nur mal anmerken beim broner wollte ein tolles transport nehmen aber irgendwie sehe ich dass hier ein tolles transport ist aber irgendwie konnte ich vom brauner nicht ein tolles transport nehmen und deswegen bin ich verwert deswegen frage ich mich wo uns das ding gleich hinführt immer das ging auf rückweg nehmen aber mehr dazu gleich erst mal gehen wir durch weil ein wappen soll gestohlen worden sein von barona irgendwelchen leuten und mein wasser oder auch nicht was wir sind stark ok 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 ja ich glaube ich hatte hier ein bisschen früher schon und kommen sollen wir mit ziemlich sicher ich habe früher auch noch voll das zu merken und über den titel auf 15 gebracht und irgendwie kriegen wir jetzt nur titel ok problem mit ich glaube wir hätten ein bisschen früher schon antanzen sollen ich habe sie hier was sie und auf uns wartet ein bisschen härter in erinnerungen deswegen nehme ich mir verteidigungen verteidigungen zum rufen das kann noch bleiben eben wappen geklaut von irgendwelchen leuten wir haben sich in ordnung weil es hier verzogen da sind wir jetzt kooperating mit der companions 3 beginn preparing daily team und training schedules for everyone immediately okay ich glaube du mal weiter wir gehen schon mal weiter na na toll was war nicht mehr schafft in zeitlupen geschwindigkeit zu springen aber okay jetzt wirklich den schwierigkeit in der schwierigkeit ist auch schwer dann sind die gegner einfach nubs hey guck mal da ist ein smiley und guck mal wer es geht ihr noch na ja vielleicht ein bisschen lange her sein weil ich glaube das war noch vor ungefähr ein jahr als das projekt angefangen habe als wir den typen das letzte mal gesehen haben was wollt ihr moment mal diese uniform dann haben sie wohl verstärkung mitgebracht von wem sprecht ihr meinte die soldaten den meldern warum sind sie überhaupt hier ex-soldaten sind nicht mehr soldaten verbinder dieser jämmerlichen einfalls pinsel haben sich mit cedric zusammengetan können nun nirgendwo mehr hin moment mal ist das nicht was ist mit euch seid ihr nicht in derselben position wie all diese anderen versager schweigt was halt euch ein mich mit diesen idioten in einen topf zu werfen ich bin kein gewöhnlicher bürger das wisst ihr ich stamm von einer der angesehensten familien des landes ab seht ihr dies das ist das window wappen nur die größten männer werden jemals eins berühren da haben wir auf jeden fall schon mal unseren lieb er sagt die wahrheit dies ist definitiv das window wappen es will ich glaube ich kenne ihn du auch so viel ja er kommt mir bekannt vor ihr kennt viele folge leute oder wartet sagt ihr was zum er ist es tatsächlich er ist es ist es was ist mit dem los ich erinnere mich er hat richard vor sieben jahren auch der wiese angegriffen was preis seid ihr es wirklich jinn ichimaru aus bleach es beland kehrt zu mir zurück zeit zu töten zeit zu sterben macht euch bereit okay ein richtig okay anfällig gegen level 49 sich auf gott eine bärmliche typ nachdem auch der abwägen geraten ist aber nicht zu unterschätzen man merkt die augen offen das heißt er ist jetzt jinn ich mal markt 2 ich glaube der macht uns fertig wir haben die soldaten so leicht verbraucht haben wir bloß dass wir an den verrägten nein ich habe schon auf jeden fall nicht so viel ab das ist schon mal gut oder auch wenn wir mit zwei heilern dabei sein natürlich habe ich jetzt gehört auf e arzt einstieg glaube ich weiß noch dass ich den schwierigkeit unterschätzt aber jetzt bin ich schon gewöhnt und jetzt mache ich auch wenn du mir die ganze Zeit voll aufs Maul gibst auch nicht wir sind nicht dauerhaft den lebensgefahr das ist schon mal gut da ist es paralysiert ich glaube ich bin jetzt werden ja mal ganz leicht verzeiht hat da kommt auf mich das ist dann nur einer irgendwie verbündete rufen oder irgendwie sowas wie court und jetzt auch schon ähnlich konnte er auch zaubern aber irgendwie kann bock zwei kreis eingang dass man den angest eintritt bringt es voll ja auch so wie ihn kann jetzt kam er die ganze neun ist krass und so irgendwie mit dem kampf und jetzt aber noch ein paar hat ja aussieht die versuchte zu zaubern einfach eingemetzelt habe ich mal jemand danke noch nicht da jetzt habe ich mal jemand danke ich freue mich mal jemand aber noch nie gesehen aber die number derzeit heute meine popo farbenen dinger habe ich schon mit dem die ganze zeit auch mehr ich müsse ein stück sein oder kommt schon sein gesicht glaubensschmei verbessert gut er war einfacher als ich gedacht hatte das ist preis kannten sie ihn hauptmann er ist vor sieben jahren verschwunden damals hat das unter den rittern zu großen aufwurr geführt er war erst geboren einer einflussreiche familie und nutzte diese macht aus und persönlichen tortur des jungen prinzen zu werden sie warten auf mich genau jetzt bereiten sie ein fest im schloss vor sparen ferkel geht es ihnen gut wie bitte könig preis ihr wollt mich zum herzog ändern ihr seid zu lebenswürdig wahrscheinlich ist er schon seit unserem kampf auf diese wiese diese weise egal das ist nicht das ist nicht deine schuld erst mal erste idee realität nicht akzeptieren will nur er kann entscheiden ob er diese verantwortung wieder auf sich nimmt wahrscheinlich aber preis margin weißt es klauen möchte da so ganz normaler ein wunder sehen was ganze elf kinder von heute sind die tötels von morgen rüber kommen halt folgung kommen ist dieses schwein der saft läuft dem kinn herunter okay ich mag dich nicht so weiß das klauen und wir haben riesigen angriff aber voll wenig sk klauen die vom preis getragen wollen sie sind nicht gestohlen sie wurden gefunden ok ja das war mein titel hier ja mal elf schub pflegen war nicht irgendwo ich aber hier war dann so lang weiter dann gehen wir mal zurück nach barona und dem das winde wappen ab für extra fp den kampf hatte ich irgendwie sehr viel schweige eine erinnerung ich bin ich da immer irgendwie zu früh gegangen aber ist aber überbaut oder vielleicht war der oder monster trinken wollte ich hinter mir hatte so seit dem letzten part es ist auch noch nicht trainiert von jetzt noch nicht so wenn ich jetzt habe ich auf einmal vier noch gibt dann wenn die must always give it our best doch wir geben unser bestes hubert gambari war so raus ja jetzt bin ich mal gespannt wo uns der tolles express jetzt hinführt weil irgendwie konnten wir nur noch war brück oder süd barona oder so hingehen mit dem total express nicht mal gespannt wo uns das jetzt hinführt weil ich muss im ganzen weg jetzt hinlaufen war ohne unter stadt wo ist das überhaupt was war da hey und so hat das war vorher nicht da das war vorher nicht da als da geguckt habe es ist doch nicht wahr ich schwöre über mein leben das war die dritte option war nicht da vorher ist doch einfach nicht zu fassen so viel dinger bekommen wir eigentlich damit wir hier schön verteilen können was auch noch okay wir haben 5000 dinger das war gut investieren also bleiben nehmen wir ja 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 da kommen wir in 2000 dann gehen wir erstmal hier die natürlichen duft ab titel wechseln ja noch mal 11 pflegen ja weiß nicht ausweichen ja komm den jahr dann den jahr dann verteidigung als über verteidigung gebrauchen noch nicht relativ pflege und hatte immer noch so nächste ein 11 mixer im gasthaus aufladen als volken verschwendung so ich würde sagen das macht man als nächstes dann mit den schichten wo ich gar nicht mehr weiß man hat findet ich habe schon beim ersten mal richtig schwächigkeit gehabt so dann hat die durch alle auf screen ja um ändern würde ich sagen wir haben jetzt 15 minuten und wir haben einen kampf hinter uns im boss kampf und ja da würde ich mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge von jetzt bei tales of grace ich bedanke mich herzlich zuschauen und sage tschüss